ja jetzt tu mal nicht nur auf unschuldig ich komm nicht mal die tür rein und du peilst mich schon aus glänzeln 2x die kamera wenn du schutz brauchst siehst du er sagt die vorne in urlaub und zuerst hängt am fenster so zettel hilfe dieses arme vieh so er will einfach nicht sein vater spuckt ihm ins gesicht und schickt die verbaten ihn von der stadt so er hebt doch den waff auf du hund so selber besser Der Starter-Item gibt dir über Zeit Magical Power bis zu 20 Decks. Duel-Ain-Shell-Down. Hey, was hat das mit Britney Spears zu tun, die extra das Gelbe angezogen hat? Geht das nicht. Kronos ist brav offen, das habe ich schon immer gesagt. Per-Mob-Bahn. Du wartest die, bevor die Bob auf die Idee kommt, die zu picken. Wer ist der Langchen? Unser Jungle. Okay, was will der hier? Digga! Digga! Was machst du hier drei Tage? Digga! Du bist gleich zurück! Ja! Fantastisch! Wie war das, die von der Läder? Ja, ich habe das Ding geschrieben, schonmal. Er hat links geblieben, und hat nichts gemacht, ist wieder gegangen. Ah, Leon, es geht? Digga, guck mal wie Leon Dauer zu ausreden kommt, damit er keine Nachrichten bekommt. Ist ok Leon, wenn du nicht zu unserem Stream kommen willst, sag's doch einfach, Digga. Keine Ahnung, wo's die da ist? Ok, die ist beim Red. Jetzt kommt ihr rein und beleidigt uns auch noch. Da ist die Slings. Da ist die Slings. Ich habe leider nur Autotex. Wo sind die Karten zu kriegen? Im Tower. Warte, warte, warte. Guck mal, der steht hier. Schade. Okay, Tower. Hat der G euch eigentlich geultet? Ja. Es war zu viel, das ist gut. Ja, Aris hat getankt, dann wollte ich sicher gehen, dass er stirbt, wenigstens. Ist er gestorben, wenigstens? Ja, ja. Okay. Keine Sorge, Leon, du wirst beim Zuschauer bei uns nicht schlechter. Also schlechter geht es nicht. Wegen, keine Sorge. Wir streamen nur, damit ihr wisst, dass ihr einfach heftig seid. Genau. Wenn ihr seht, wie scheiße wir spielen. Ich meine, du bist ja schon richtig scheiße, weißt du, ich meine. Noch weiter runter geht es nicht. Weiter geht es nur noch hoch. So, skille ich die zwei. Na gut, das war's. Das macht mich süß. Don't worry, death will judge you, are you. I'm running back. Ja, aber bei dir nicht. 180 Sekunden Security, well worth it. Das Geile ist, du aktivierst deine zwei bei Mana, und dann spammst du deine Abilities für den Vollidigsten. Und ich hab's schon angefangen, Leon. Die Gamama-Kuchen ist der, der am meisten rumrollt, wegen dem Stream, und da kommt der eh nicht. Ich habe noch keine Ahnung, ich habe noch keine Ahnung. ok die aphrodite ist ein support der nicht rotiert ja gut für uns dino genauso gold 2 gold 1 ok also es ist auf jeden fall legend dins dead man close the problem on my way Das war's für heute. Abruß in der Mitte, kommt zu euch. 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 Abruß in der Mitte. Abruß in der Mitte. Ja, Umut, wenn du nicht aufgibst und stark bleibst, dann bist du bald bei jedem Game gebannt. Ich glaube auch nicht. Ja, umut. Ja, Jeeva gut in den Jungle. Okay. Oh, 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 oh. Die schnell legst du auf mein Stück. Ja, die haut rein, Alter. Ja, Mann. Oh, die hat ihn gepolt. die belebteste die 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 Es geht mit Längen, was ich da? Ja. Es geht mit Längen, was ich da? Ja. Es geht mit! Es geht mit Längen! Ja. Ja. Ich denke, oft ist es... Es geht mit Längen. Oh, Silla 2 hat mich ausgelöscht. Shit, Digga. Es war 2 gekillt, aber er hat nicht gereicht. Oh. Okay, Silla ulti. Er kriegt Fat Damage, Bruder. Ich glaube, er Solo-Ding, er Solo-Ding. Digga. Lol. Ähm, links verteidigt. Ich hab dir jetzt den Tower gefahren, wahrscheinlich ja. Schnell. Oh, ne, der kriegt ja nicht. Na, wenn der durchpruscht kriegt, dann vielleicht noch. Pruscht der? Der Ulti in 8 Sekunden. Der ist gebackt. Okay. Good morning back. Your left tower is under attack. We need more. Thanks. Your middle tower is under attack. Ja, aber Sims spielt man doch. Und spielt man das online mit anderen Sims. Oder wie will man da eine Bahn kassieren? Ja, ein Sims ein Bahn kassiert? Wie geht das? Nee, Juli meinte gerade, ich versuche mal ein Sims ein Bahn zu kassieren. Ich würde so gut zutrauen, Digga. Ich würde so ihm auch zutrauen. Ich denke, er hat eine Ausbildung daran gemacht. Hm. Ich bin okay, ich bin okay. Wir sind da. Da, sie holt jetzt. die hat geultet ich habe kein maler wurde chance getroffen ok ja Ja. extrem kalt, ja wir hatten so die letzte woche so minus 14 grad nachts oder sowas Kronos Giga Bro es geht Ure, kämpfst du auch mal gegen mich oder wartest du immer noch auf 8.5? Wo ist der? Ok, ich denk dich. Der ist gejumped, ich dive den jetzt solo. Hast du ulti? Ja. Schade. Schade. No, fuck my life, ich hab keinen Beats. Die sind so low. Die sind schon low, also an sich können wir noch. Oh, fuck my life. Uh, jawoll. Ok, werf, werf, werf. Schade. An enemy helps him play. Woah. Oh, Zuko, hat seine Ability nicht getroffen. Hat wieder nicht getroffen. Nein. Und er macht sich gut gegen den, so soll ich schon sagen. Mein Dino muss heißes Wasser auf seine Tür schicken, dass er die Tür aufbekommt. Wie sieht das? Was stimmt denn? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Oder ich glaube die Gerät schon raus. Wie sieht das aus? о du schickst mit dem Hellen? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Hm, Ich vermute. Ich vermute. Ich vermute. Ich vermute. Ich vermute. Und ich vermute. Oh, boh, 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 boh Ich bin tot, ich bin auch nicht tot, Digga Ich weiß nicht, das war jetzt nicht nur für den Pyro, also Ich bin tot, hier nur wegen diesem heftigen skin ist es möglich diese absolut heftige skin ohne diesen skin, diese skin ist niemals geklappt keine Worte das war knapp ich bin aber gestoppt du drück dich, mozarkus bist du dash? ja der kriegt mich lauf, lauf, lauf nice ist irgendwie nicht so peckend gelaufen wobei wir räumen jetzt auch gleich ja no, nice ich drück den hier so rein ja, alter, dem osiris drück so hardcore rein, man doch nur die magical defense ja attack middle lane attack right lane attack right lane digger ich drück den tower 200 rein der kriegt alter schau 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 also ich baller den phoenix runter das ist zu schnell gottes gehen wollen wir nicht warten? ok Das war's für. Das war's für. Ja, Finsch. Ja, das war's. Ja, das war's. Was hat er geholt wegen den Spartan-Fleck, wenn die Damage in den Enemy-Gord... Ach, ich will leben. Schreibt Chrono-Tiff, easy, easy, easy. Ah, warte, ich habe den Chrono-Fleck jetzt nicht. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch, mein Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.